Willkommen zurück zu Supreme Commander. Let's play Supreme Commander. Ganz wichtig, ganz wichtig. Da gibt es einen großen Unterschied. So, wir hatten ein paar Leute vergessen, ne? Beziehungsweise, wo ist meine Maus? Danke. Sir, ein weiterer LKW hat die Station sicher erreicht. Earthcom Ende. Äh, ja, ich glaube, das war es dann auch schon. Ich kann die leider nicht mehr sehen. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Warum kann ich das niemanden wählen? Luftüberlegenheit. Oh Gott. Bitte, Luftüberlegenheit. Wollen wir da sagen, wann ich das geschafft habe? Wo ist denn da eine übrig? Ah, ich sehe ihn. Okay, der ist gleich da. Der Sautag ist super. Sag mal, ihr sollt die Leute verfolgen. Achso, das ist die falsche. Ja, ja. Super, jetzt haben sie alle zerstört. Da, 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 da. Du, 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 du. Sir, der Rat von Lucien möchte Ihnen für Ihre hervorragende Arbeit bei der Evakuierung danken. Earthcom Ende. Operationsgebiet ausgeweitet. Natürlich haben wir es ausgeweitet. Pläne für Einheit heruntergeladen. Sir, Sie müssen nicht nur die Station Lima Foxtrot verteidigen, sondern auch den E.ON Commander ausschalten. Colonel Arnold wird Sie weiterhin beraten. Ey, Arnold. Da, 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 da. Nur noch zwei? Krass, die haben Salabend abgelegt. Super, ihr sollt nach unten fahren, nicht nach oben. Ach, Kinder. Was sind das? Landein? Nee. Ich wollte nur wissen, wo der ist. Ich möchte sie nicht töten. Ich dich aber. Ich möchte sie nicht töten. Oh, ich vergaß. Wir sind ja im Krieg. So, jetzt muss ich mich kurz mal klimatisieren. Ich weiß gerade nicht, wo ich war. Könnt ihr mal... Hier geht mal wieder hin. Was ist das alles? Nur Flak. Was hab ich denn da alles? Nur Flak? Nee, nur Flak. Das ist ja schon eigentlich schlecht. So, zieh mal noch unten. Da. Da, 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 da. Mir scheint, ich habe Sie unterschätzt, Commander. Jetzt werden Sie mit dem Zorn der E.ON-Bekanntschaft machen. Echt? Boah. Dann bin ich ja beruhigt. Da, 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 da. Ich finde die Musik geil. Die Musik ist einfach nur herrlich. Das bringt nichts. Wo bleiben meine Landeinheiten? So, runter. Einfach sofort direkt runter. Ich habe gleich schon wieder Einheitenlimit, ne? Wenn das so weitergeht. Was sind das für andere Ziele? Besegen Sie den Commander. Zerstören Sie die Fabriken. Verteidigen Sie das da oben rechts. Jo. Es hieß Pläne für Einheiten heruntergeladen. Was für Einheiten? Schild generatet. Ja, ja. Raketenwerfer ist auch gut, aber... Wobei, Raketenwerfer ist aber sehr gut. Was baue ich denn gerade? Normale Panzer. Hör mal aufzubauen. Äh, mach mal den Raketenwerfer. Bauen wir beide. So, du gehst mal da lang. Du musst da was zerstören. Bam, bam, bam. So. Schön sammeln. Schlachtfelder. Die Schlachtfelder des Elends, kann man fast sagen. So. Was haben wir denn da hinten? Haufenweise. Ach, da ist er. Okay. Haufenweise mittlere Panzer, paar Ganonboote, Abfangjäger. Jo. Schick's mal den nach unten. So, den einfach mal auf Querflug nach unten führen. Satellitenbilder der Aeon-Basis zeigen eine Schwachstelle. Der östliche Teil von Minz' Basis wird von Schilden verteidigt. Setzen Sie Bodentruppen ein, um Ihre Stromgeneratoren auszuschalten. Sobald die Schilde unten sind, greifen Sie frontal an. Können wir folgendes machen. Ähm, stopp, 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 stopp. Äh, stopp, stopp, stopp. Das lohnt sich nicht. Bauen wir Bomber. So. Du baust schon Bomber, ne? Ne, Abfangjäger, okay. Zurück. Bomber. Ich schick dir ne Armee an Bomber runter. Könnte auch sogar noch ne Bahn, nochmal was bauen. Wo ist mein Commander? Da. So. Warten wir noch. Oh, sie warten noch. Oh, sie warten noch. Oh. 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 Mir geht die Energie aus Vielleicht mal ein bisschen mehr Energie schürfen hier Ist das wirklich der eine? Könnte sein, kann aber auch was anderes sein Oh Okay, ihr wollt das so Was haben wir denn da? Keine Artralerie, ne? Ja, der Verlust ist immer da Stromgeneratoren hieß es Hier sind eine ganze Menge Was sind Massefabrikatoren? Da sind Energiegeneratoren Vor allem so in diesem Bereich Könnten Da ist ein Schildgenerator Da ist einer Da sehe ich auch noch Luftabwehr Wie viele Bomben habe ich denn jetzt? Acht Geht mal da her, ich muss euch mal schützen Das dauert mir alles ein bisschen zu lange Ich brauche mehr Bomben Ich habe immer noch Ne, ich habe jetzt Energie plus Das Gute ist Einheitenlimit erreicht Na toll Okay Das heißt, ich mache jetzt folgendes Ich mache Luftüberlegenheit Schicke viele meiner Luftüberlegenheitsjäger dahin Aber was mache ich bevor Oder nachdem ich die Bombe losgeschickt habe Oder wäre das Der Weg muss unter allen Menschen verbreitet werden Mhm Dieser Weg wird kein leichter sein So Ich habe die Bombe losgeschickt Die sollen hier eigentlich nur ablenken Das könnte klappen Hm, hat geklappt Gut Ich werde sie durch Ich habe es jetzt Ich habe es eine Die Bombe losgeschickt haben Das ist ja Ich habe es eine Die Bombe losgeschickt haben ich habe noch viel mehr ja luftfabrik wo ist meine luftfabrik aber stopp abfangjäger shit sind ganz schön feste verteidigung meine freunde ja 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 ich weiß gar nicht ob die das schaffen die verteidigung ist wirklich gut also die ist echt gut ich mache jetzt folgendes also ich lasse die jetzt erstmal wieder rauf ziehen die sollen weiterhin kanonbote da oben bauen brauchen nämlich für die abwehr und ich mache jetzt folgendes ich gehe den wich hier um der wich hier ist tatsächlich wie er sagte und wie wir sehen gar nicht verteidigt also für einen vorteil ich brauche luftabwehr stopp baut mal abfängiger da war noch ein techniker wo ist denn da ein techniker ich sehe keinen habe ich hier noch ein techniker übrig ja da haben wir doch einen der kann mal noch eine landfabrik bauen ein paar mehr jetzt muss ich mal kurz gucken das weiß ist ein bisschen blöd ich kann das nicht so richtig unterscheiden deswegen dauert manches ein bisschen länger so sammeln wir unsere troppen du darfst mir ruhig weiterhelfen gut energie haben wir genug können wir auch Massefabrikatoren bauen wo sehe ich denn mein einhandenlimit hier wo kann man das sehen ich sehe es nämlich nicht hm naja er ist vier was ist denn da oben los wo weiß denn so viele techniker hier ok scheiße die bauen techniker da oben das sagen sie gar nicht naja gut dann jetzt habe ich sie ja doch dann dürfte die auch nutzen du das ist Nummer zwei ihr werdet für die verbrechen der UEF gerade stehen ja der da der toi das habe ich gerade verstanden es kränkt mich wenn ich sowas verstehe Dann werden wir meinen Energiehaushalt mal beobachten. Schauen wir mal wie schnell das fertig wird 24, das hat er großzügig schon mal reichen. Hm? Habe ich den nicht eigentlich gebaut hier? Oh, das ist ja toll, die zerstürmen meine ganzen Viecher. Oh Mann, die Hälfte kommt gar nicht an. Okay, ich greife jetzt schon an, als habt ihr so gewollt. Bleiben Sie dran, Sie werden diesen Aeon erledigen. Ah, ist so frei gewandt, ne? Wollen wir mal eine schwere Panzer. Oh, die Faxen dicke. Viel kommt ja nicht gerade an bei mir. Gucken wir mal. Oh.